Nicht nur Münzen, Kredite und Sparbriefe, sondern auch Inspiration, Genuss und Erlebnisse. Im vergangenen Jahr war einiges los bei der Volksbank Bielefeld-Gütersloh. Von der spektakulären Neueröffnung über leckeres Essen bis hin zu tollen Veranstaltungen. Das Ergebnis? Bank wird hier ganz neu definiert. Im Juni 2018 wurde nach langem Warten endlich die neue Zentrale am Kesselbring eröffnet. Seitdem erstrahlt die Filiale in völlig neuem Glanz und modernem Industrial Look. Neben klassischem Banking findet man hier eine Erlebnis-Mitmach- und Verkaufsfläche, auf der es in regelmäßigen Abständen neue kreative Ausstellungen mit verschiedenen Themen zu entdecken und zu erleben gibt. Man kann sich immer wieder aufs Neue überraschen und mitreißen lassen. Unter dem Thema Zuhause kehrte die Volksbank-Filiale an den Kesselbring zurück. Im letzten November wurde das Thema Wünsch dir was mit einem Wunschbrunnen-Zauberspiegel und dem Wunschknollen zum Leben erweckt. Anfang des Jahres gab es einen Blick in die Zukunft auf das Leben im Jahr 2039 mit den interessanten Visionen und Ideen. Beim Thema aus Bielefeld in die Welt konnte man selbst entdecken und staunen, welche internationalen Marken und spannenden Persönlichkeiten unsere wunderschöne Heimat mit in die Welt hinaustragen. Derzeit begeistert das Thema Crowdfunding, wodurch bereits einige tolle Projekte umgesetzt werden konnten. Neben der Aktionsfläche lädt die regionale Produktbank zum Stöbern und Shoppen ein. Hier warten interessante Manufakturen und schöne Designprodukte aus der Region darauf, entdeckt zu werden. Eine Auswahl der Produkte kann direkt in der Volksbank Lobby käuflich erworben werden. Besonders ist auch das Green World Poken Coffee mit einem leckeren und frischen Restaurantkonzept aus der hawaiianischen Küche. Hier kann man von morgens bis abends leckere Gerichte genießen und natürlich eine individuelle, nachhaltige und bunte Bowl zusammenstellen lassen. Das ist natürlich nicht alles gewesen. Die abwechslungsreiche Volksbank Lobby bietet ebenfalls Raum für tolle Events. In den letzten Monaten begeisterte die Volksbank Bielefeld-Gütersloh mit spannenden Vorträgen, musikalischen Klängen und innovativen Präsentationen. Bei den 12 Minutes Me Events performen seit September 2018 je drei Experten und Young Professionals zu ausgewählten Themen. Das Besondere? Sie müssen innerhalb von zwölf Minuten sich und ihr Thema möglichst präzise vorstellen. Und die Uhr tickt. Große Bühne auch für das Tiny House, das im Mai dieses Jahres vor der Filiale am Kesselbrink präsentiert wurde. Das 25 Quadratmeter große Smarter House machte innovatives Wohnen mit Technik für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz direkt erlebbar. Ganz unter dem Motto, klein, aber oho. Im Mai stand auch die erste Runde des Ausgehen mit Freunden Festivals in Bielefeld an. Musik, Lesungen und Comedy. Jeder kam auf seine Kosten. Mit dabei waren großartige Künstler wie Drangsal oder Lotte. Die Volksbank stellte selbst eine der sieben Locations und bot eine Bühne für den neuen westfälischen Hate Slam und seinen bösen und lustigen Leserbrüfen. Musiker Mo und Band und Comedian Lisa Feller. Man merkt, bei der Volksbank Bielefeld-Gütersloh ist immer was los. Vorbeischauen lohnt sich, jedes Mal aufs Neue. Musiker Mo und Band und Comedian Lisa Feller.